Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Heute ist wieder einer unserer Mitglieder hier und hat ein Thema mitgebracht, was mich selber auch schon lange Zeit beschäftigt. Es geht hier um genmanipulierte Therapien, Nahrungsmittel, aber eben auch Therapien, Behandlungsmethoden und alles, was so mit Gentherapien zu tun hat, denke ich immer wieder, spielen wir hier nicht Gott und wissen wir eigentlich, was wir tun. Und da möchte ich ganz herzlich willkommen heißen, natürlich meinen Gast, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und wer das ist, sage ich Ihnen gleich nach dem Intro. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, Prof. Dr. Dr. Harald Wallach. Ganz herzlich willkommen, lieber Harald. Grüezi. Grüezi. Danke für die Ehre. Danke, dass wir miteinander vorsichtig über dieses Thema reden dürfen. Sehr vorsichtig. Ich weiß, genmanipulierte Nahrungsmittel, das darf man schon sagen, aber dass es jetzt auch in moderner Therapieformen auch genmanipulationsmäßig zu und her geht, ist ja etwas, wo ich mich frage, wissen wir, was wir tun da eigentlich? Kommt darauf an, wie man mit wir bezeichnet. Also wir als Bevölkerung, wir wissen es, glaube ich, überhaupt nicht. Die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Wir im Sinne von Wissenschaftlergemeinschaften, ja, schon. Und viele sind skeptisch. Wir im Sinne von einer kleinen Minderheit von Leuten, die glauben, sie wissen, wie die Welt funktioniert und wie man sie zurichten soll, auf jeden Fall. Wir haben ja in dieser letzten Pandemie genau die Anwendung solcher Verfahren gesehen. unter einem, ich würde mal sagen, euphemistischen Etikett. Und den wenigsten Menschen ist klar, dass das einfach präventive Gentherapie ist, die da passiert ist, ja, weil in dem Sinne, dass man genetisches Material in Zellen schleust und die Zellen dann dazu bringt, was zu machen, was sie von sich aus nicht tun würden, das ist Gentherapie pur, letztlich, ja. Und es wäre auch nie zu dieser allgemeinen Möglichkeit gekommen, wenn nicht diese sogenannte pandemische Ausnahmesituation entstanden wäre. Die Methoden dazu, die sind schon lange bekannt. Ich glaube, ich darf das sagen, weil mein Kollege Hockertz das mittlerweile auch sehr öffentlich sagt. Er hat früher an diesen Dingen im Auftrag der Bundesregierung geforscht, am Fraunhofer-Institut, haben sehr lange mit solchen Methoden gearbeitet und das Projekt eingestellt. Damals ging es um Krebstherapie, weil diese Methode, also Einschleusen von fremdgenetischem Material, die dazu führen soll, dass die Körperzellen etwas Neues produzieren oder etwas Bekanntes in höherem Maße nicht funktioniert hat. Und zwar nicht, weil es nicht geht, sondern weil zwei grundlegende pharmakologische, pharmazeutische Prinzipien verletzt werden. Nämlich, man kann nicht steuern, wie viel produziert wird und man kann nicht steuern, wo es produziert wird. Mindestens bei dieser Methode, die dort angewandt worden ist. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr bedenklich, weil uns dadurch sozusagen ein wichtiges Instrument der Dosierung zum Beispiel oder auch der Platzierung aus der Hand genommen wird. Die Platzierung, das könnte sich in der nächsten Zeit verändern, weil es gibt mittlerweile Nanobots, also kleine Mini-Elemente in Nanogröße, die zum Beispiel elektromagnetisch steuerbar sind. Die kann man injizieren. Dann wandert das Zeug durch den Körper mit dem Blutstrom. Man kann es möglicherweise auch mit einem Tracker verfolgen, wo das ist. Und wenn es dann an dem Organ ist, wo es sein soll, wird es unter Umständen elektromagnetisch gesteuert. Die Hände oder die Greifer von dem Ding gehen auf und lassen die pharmakologische Substanz raus. Das ist sicher in der nächsten Zeit irgendwann mal denkbar. Also die Platzierung könnte man lösen, aber ob man das Problem lösen kann, wie viel nun von irgendeiner Substanz erzeugt wird, das weiß ich nicht. Bis jetzt ist es noch nicht gelöst. Also bei diesen letzten präventiven, gentherapeutischen Interventionen, die wir auf einer großen Skala erlebt haben, ist es garantiert nicht so gewesen. Deswegen haben wir dort auch das Problem, dass es irgendwann mal, immer wieder mal zu sehr erstaunlichen, unerwünschten Wirkungen gekommen ist. Aber das Grundproblem, dass man dadurch einkauft, ist, dass möglicherweise Genmaterial, das eingeschleust wird in den Körper, in die Zellen kommt und dann dort verbleibt. Das heißt, eigentlich verändert sich ja dann das eigene Gen, oder? Das eigene Gen würde sich vermutlich verändern oder könnte sich zumindest verändern. Das ist noch nicht definitiv bekannt. Ich glaube nicht, dass das gut bekannt ist. Man weiß es zum Beispiel aus verschiedenen Virenuntersuchungen, jetzt bei allen möglichen Viren, das virales Genom ins menschliche Genom eingewandert ist. Also unser Genom besteht sowieso zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber zu einem hohen Prozentsatz aus Fremdmaterial, viralem Genom, bakteriellem Genom, was irgendwann mal in unseren Körper eingewandert ist im Lauf der Evolution, weil es irgendwie nützlich war. Wir können zum Beispiel die Mitochondrien nehmen, diese kleinen Zellbausteine, von denen viele Zellen sogar Tausende enthalten, die unsere Energie produzieren. Die sind höchstwahrscheinlich im Lauf der Evolution aus einer bakteriellen Symbiose entstanden. Es waren Bakterien, die der Körper sich irgendwann mal zunutze gemacht hat. Das kann durchaus auch nützlich sein. Aber der Unterschied zwischen einer evolutionären Einwanderung von fremdgenetischem Material ins Genom und einer menschlich gesteuerten ist, dass wir bei der Evolution sozusagen eine zeitliche Auswahl haben. Bei den Leuten, bei denen das nicht gut funktioniert hat, die sind halt gestorben, konnten ihre Kinder nicht mehr erzeugen und konnten ihr Genom nicht mehr weitergeben. Wenn wir das jetzt auf industrieller Basis, würde ich mal sagen, in großem Stile machen, kann es eben sein, dass dieser Auswahlmechanismus nicht funktioniert. Und wir uns fremdgenetisches Material zuschanzen, das uns am Ende kränker macht als vorher, weil wir bestimmte Konsequenzen nicht bedacht haben. Wir denken, wir wüssten alles. Weil wir das menschliche Genom analysiert und sequenziert hätten, wüssten wir alles. Das stimmt ja gar nicht. Bei mehr als 90 Prozent des Genoms und des genetischen Materials wissen wir gar nicht, warum das da ist. Da kann es unendlich viele Interaktionen geben, die wir noch nicht bedacht haben und die dann irgendwann mal auf uns zurückschlagen. Und deswegen halte ich das für eine extrem gefährliche Entwicklung, weil sie eben dazu führt, dass wir in einer ganz bestimmten, sehr verkürzten mechanistischen Logik glauben, wir wüssten, was wir tun, ohne es tatsächlich wirklich zu wissen. Das ist ein bisschen wie der Zauberlehrling, der da seinen Geist erzeugt, der ihm dann hinterher den Hintern versohlt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel reinschauen, mal ein bisschen schwarz malen, dann könnte doch wirklich Einflüsse, die wir bewusst in unser Genom stecken, dazu führen, dass es den Menschen Alexander Glock, wie ich hier sitze, eigentlich gar nicht mehr so gibt, sondern der eigentlich eine Veränderung dann durchmacht. Denkbar. Man weiß es halt nicht. Das ist der springende Punkt. Es kann sein, dass das nicht ins Genom wandert und dass es wirklich benigne, also wohlwollende Effekte hat, wenn man so eine therapeutische Methode anwendet, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jemand einen Diabetes Typ 1 hat und kein Insulin mehr erzeugen kann, dass so eine Behandlung dazu führen würde, dass andere Zellen oder neue Zellen oder sowas diese Aufgabe übernehmen und der Mensch Alexander Glock trotzdem gut lebt und sich halt kein Insulin mehr spritzen muss. Das wäre denkbar. Das wäre die positive Situation, oder? Das wäre die positive Seite. Aber es könnte natürlich auch sein, dass irgendeine Wirkung entsteht, die wir nicht vorher bedacht haben und die dann eben sehr dumm herauskommt am Ende. Also plötzlich gibt es Unfruchtbarkeitsproblematik. Oder es entsteht halt irgendeine psychische Beeinträchtigung und dann schläft er halt nicht mehr so gut. Der Alexander Glock oder er fühlt sich am Morgen elend oder er wird am Abend ab neun müde und kann nichts mehr machen. Keine Ahnung. Das kann ja alles möglich sein. Das wissen wir ja nicht notwendigerweise. Der springende Punkt ist, im Moment ist unser ganzes Medizinsystem auf Wertschöpfung für neue pharmazeutische Techniken und Substanzen ausgelegt. Die Pharmafirmen stellen einen wichtigen Wirtschaftssektor da in unserem Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem in westlichen Nationen, also in Deutschland zum Beispiel und in der Schweiz, gehört sowieso zum größten Wertschöpfungsfaktor der Wirtschaft. Also in Deutschland ist das Gesundheitswesen ein größerer Wertschöpfungsfaktor als Autoindustrie und die gesamte fertigende Industrie. Muss man einfach mal sehen. Ein Teil dieses Wertschöpfungsfaktors ist natürlich die Neuentwicklung von Medikamenten, die zulasten der Allgemeinheit dann verkauft werden und diese Wertschöpfungsmaschinerie bedienen. Das heißt, es steckt enorm viel Geld und Geldinteresse dahinter, dieses Ding am Kurbeln zu halten und haben Rollen zu halten. Keiner will, dass das aufhört. Also manche wollen schon, dass das aufhört, aber die Leute, die daran verdienen wollen, nicht, dass es aufhört. Und die allgemeine, medial präsentierte Wirklichkeit ist ja die, das ist gut für uns alle. Stimmt nicht notwendigerweise. Und das Problem dabei ist, um es wirklich gut zu untersuchen, braucht man viel Zeit, man muss es lang untersuchen, man muss lang gucken, was passiert. Das geht nicht in ein oder zwei Jahren. Man muss sehr, sehr lange Studien anstrengen und muss das sozusagen in dem kleinen, geschützten Kosmos untersuchen, bevor man wirklich sicher ist, dass es gut funktioniert. Und das wird garantiert nicht passieren, weil das kostet Geld. Und diejenigen, die das auf den Markt bringen wollen, die wollen nicht, dass es viel Geld kostet, sondern dass es viel Geld bringt. Und was dann passiert, wenn sie gestorben sind oder wenn sie nicht mehr an Geld interessiert sind, und das interessiert sie im Moment überhaupt nicht. Und das ist das Problem. Du hast zwar schön das Gesundheitswesen genannt, ich habe mir dann gerade überlegt, eigentlich ist es ja ein Behandlungssystem für Kranke. Also es ist eigentlich ein Krankheitssystem. Es ist ein Krankheitssystem. Gesundheit würde bei mir bei der Prävention anfangen und schon gar nicht auf diese Art und Weise. Machen wir mal ein bisschen einen Switch von medizinischen Interventionen auf dieser Basis. Wir haben es ja heute ja doch auch so gemanipulierte Nahrungsmittel. Ist das denn untersucht, was ein gemanipulierter so ja langfristig im Menschen macht, wo er ja eigentlich sich evolutionsmäßig gar nicht daran anpassen konnte? Da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig drüber. Da kann ich nicht kompetent Auskunft geben. Aber das Problem scheint mir eben grundlegend zu sein, dass nicht notwendigerweise der Eingriff ins Genom, das haben Menschen früher auch gemacht, wenn sie zum Beispiel Tiere gezüchtet haben oder wenn ein Bauer geguckt hat, welcher Apfel gedeiht denn bei mir am besten und ich tue jetzt diesen Apfelbaum weiter vermehren und mit anderen kreuzen. Das waren auch Eingriffe ins Genom, aber sie waren halt langsam und sie sind sehr sorgfältig beobachtet worden und es hat sich im Laufe der Zeit das durchgesetzt, was funktioniert, was wächst, was in einem bestimmten Klima gut funktioniert. Tiere zum Beispiel, die in den Alpen gut wachsen, die wurden hier gezüchtet und die würden nicht in Friesland rumlaufen, sondern die laufen eben im Wallis rum, weil sie dort mit dem steilen Gelände gut klarkommen, weil sie nicht so schwer sind wie die friesischen Kühe. Das sind alles auch Genomveränderungen und Züchtungen, die aufgrund von Beobachtungen und von sehr sorgfältigem Leben mit der Natur entstanden sind. Aber diese neuen Methoden, die gehen eben blitzschnell. Da kann ich eben mal ein Genom von einer Kartoffel in eine Tomate einbauen und dann kriege ich eben diese Tomaten, die ich wochenlang im Supermarkt rumliegen lassen kann und die nach nichts schmecken, aber halt immer noch hübsch ausschauen. Ob das jetzt was mit uns macht und ob uns das schadet, weiß ich nicht genau. Aber was ich eben interessant finde, ist, dass noch vor zehn Jahren Leute mit Fahnen auf die Straße gegangen sind und sich gegen Gen-Mais gewährt haben und nun mit präventiver Gen-Therapie behandeln lassen, als sei es die Erlösung vom Leiden der Welt. Diese Genexperimente, die da gemacht werden oder wurden, hat man das auch an Tieren getestet und dann wenigstens geschaut, was da in Jahren drauf passiert? Ich habe mich, wie gesagt, nicht sehr intensiv mit dieser Literatur beschäftigt, deswegen weiß ich es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ja, aber das Problem ist ja nicht die kurzfristige Testung, sondern das Problem ist der langfristige Prozess. Also jahrelange Beobachtung, auch Quartieren, Ich glaube mal, ich würde mal sagen, wenn man Nahrungsmittel verändert, die wir zu uns nehmen, ob das was mit uns macht, ob sich dieses genetische Material bei uns irgendwie ansiedelt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da würde ich nicht drüber reden wollen, weil ich mich da nicht auskenne. Aber was wir eben wissen ist, dass wir genetisches, wenn wir genetisches Material in den Körper direkt einbringen, wie das eben passiert, wenn wir von Viren infiziert werden oder wenn wir präventive Gentherapie durch Spritzen zu uns nehmen, dann wissen wir, dass das mit einer großen Sicherheit auch im Genom landet. Ob es dann auch weitergegeben wird, also ob es dann auch in den Zellen landet, die unser Genom an die Nachkommenschaft weitergeben, das glaube ich, wissen wir nicht. Und das müsste sicher untersucht werden. Aber dazu braucht man halt eben wieder einige Generationen. Das kann man an Mäusen untersuchen, die schnellere Zyklen haben. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das gut untersucht ist. Und ich glaube, da müsste man sehr, sehr genau hinschauen. Also wenn man fünf oder sechs Milliarden Menschen mit einer Behandlung versieht und nicht genau genau weiß, ob es Langzeitproblematiken gibt, Generationen zu übergreifen, ist das schon ein sehr starkes Wagnis. Ich finde, es ist einfach nur dumm. Ehrlich gesagt, klar ist es ein Wagnis, aber es ist einfach dumm, so ein Wagnis einzugehen, ohne zu wissen, wo das hinführt. Und von daher glaube ich, das ist eher so ein Hype von einigen wenigen, die auch ausreichend viel Medienmacht hinter sich haben, um das den Leuten zu verkaufen. Und von daher, denke ich, ist ein sehr kritisches Element kritischer Medienkonsum, vielleicht auch Medienenthaltsamkeit. Das ist, glaube ich, ein Thema, über das wir bei anderen Gelegenheit reden. Das machen wir gerne noch. Ich hatte kürzlich ein Interview gemacht mit dem Pascal Natschadi. Er ist einer der Herren, wo nicht einverstanden ist, was da alles gelaufen ist und hat auch eine Klage eingereicht bei unserem Bundesratspräsidenten. Ja, ich weiß. Und da geht es auch unter anderem darum, das Schreiben habe ich übrigens auch auf dem Tisch von der Swissmedic, hat er gefragt, mein Körper produziert Proteine, sage jetzt den anderen Namen nicht, aber gewisse Proteine, die sind sehr radikal und er möchte gerne wissen, wie schnell die abbauen und wie schnell sie weg sind und wie viel ich produziere. Und die Antwort war dann effektiv von der Swissmedic, wir haben da keine Ahnung. Ja, klar, das ist ja das, was ich gesagt habe. Man weiß nicht, wie viel davon produziert wird, wie lang diese Produktion geht und an welchen Stellen des Körpers das passiert. Man weiß nur, dass es funktioniert, aber ich meine, es ist ein bisschen so wie zu sagen, ich schicke jetzt halt einfach mal eine Rakete irgendwo hin, habe keine Ahnung, wo die runterfällt, habe keine Ahnung, wie weit sie fliegt und ich weiß auch nicht, was da ist, wo sie runterfällt, hartstache sie fliegt. So ähnlich ist das. Tja, hast du das Gefühl, dass man darüber heute im Örfner diskutiert, dass ich erinnere, jetzt einfach daran, Swissmedic muss sich Rechenschaft stellen, Alain Berset muss sich gewissen Fragen stellen, wie sieht das so weltweit aus? Kommt die Wissenschaft? Das ist eine gute Frage, ich glaube, es dauert noch eine Weile. Das sind alles, das was man technisch nicht lineare Systeme nennt. Systeme, die eine Weile lang sich selber stabilisieren, die aber, um sie beschreiben zu können, sehr komplizierte Gleichungssysteme brauchen. Elia Brigogin, der Chemie-Nobelpreisträger, hat das in den 70er Jahren untersucht und hat festgestellt, dass diese Gleichungssysteme nicht lineare Differentialgleichungen sind. Wenn man die löst, kommt man an bestimmte Punkte, da ist die Gleichung unbestimmt. Das heißt nicht, wir wissen es nicht, sondern die Gleichung ist effektiv unbestimmt, sie hat keine Lösung und danach, also zeitlich weiter in die Zukunft gedacht, kann sie sich verzweigen in zwei oder drei unterschiedliche Trajektorien und welche Wege dieses System nimmt, ist undefiniert. Und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, das kann zu einem bestimmten Destabilisierungspunkt kommen, wenn zum Beispiel genügend Leute aufwachen und sagen, so geht es nicht und was dann passiert, ist effektiv nicht vorhersagbar. Das kann sein, dass dann ein Aufschrei entsteht und dass man sich allgemein entschuldigt, dass Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Es kann auch sein, dass das unter den Teppich gekehrt wird und man zur neuen Tagesordnung übergeht, dass irgendwas Neues kommt, ein neuer Aufreger, mit dem man sich beschäftigt. Das ist schwer vorherzusagen, aber ich glaube schon, dass sich da jetzt ein kleines bisschen mehr Bewusstsein bildet. Mindestens bei einer kritischen Masse innerhalb der Bevölkerung. Und das kann durchaus dazu führen, dass es da zu juristischen Nachspielen kommt. Das würde ich mir zumindest wünschen, weil ich finde, das gehört sich. Ja, ich muss noch ein bisschen schlucken, auch an deinen Aussagen, weil es ist schon ein Experiment an sich selber zu machen, aber in festen Überzeugungen und Glauben, dass die Leute, die mir das empfohlen haben, auch wirklich wissen, was sie tun und ich in absoluter Sicherheit bin. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, sagst du. Das ist eine Illusion. Genau, und genau das ist der schneidende Punkt. Das wird nach wie vor nicht so genannt, sondern immer noch gesagt, es ist alles gut. Keine Sorge und es schützt und, und, und. Alle diese Sätze kennen wir noch alle, oder? Nichts ist gut. Nichts ist gut und es ist eine sehr, wir stehen an einer Zeitenwende und in dieser Zeitenwende, da wird sehr, sehr vieles neu in die Wege geleitet, von dem wir nicht wissen, wo es hinführt. Das ist das Wesen von einer Zeitenwende. Das Problem ist mittlerweile aber, glaube ich, dass es nicht einfach nur die altbekannten Prozesse des Neues aushandeln sind, sondern dass wir in einer Zeit leben, in der Gruppierungen, kleine Gruppierungen durch die, durch die mediale Internetpräsenz, durch, durch soziale Medien, durch alle möglichen Propagandamaschinerien, eine Mehrheit von Menschen einlullen kann, mindestens ausreichend lange, bis sich irgendeine neue Praxis etabliert hat, die dann halt einfach da ist. So ähnlich wie Autos einfach da sind, kommt niemand auf die Idee, Autos zu hinterfragen, die sind halt einfach da. Die machen Lärm, die machen Radau, die brauchen Platz, die verursachen Unfälle, aber man akzeptiert es, weil sie irgendwelche positiven Effekte haben. Man kann schneller von A nach B kommen, ich muss niemanden fragen, ich brauche nicht in den Zugfahrplan schauen, ich steige einfach ins Auto. Hinterfragt keiner, die sind einfach da. Aber das war ein Prozess, der ist sozusagen allmählich entstanden, der ist sozial ausgehandelt und da kann man wieder drüber reden, ob man jetzt die Autos da fähren lässt, ob sie so schnell fahren müssen, ob sie da nicht hin dürfen, ob man da parken darf oder ob man fürs Parken was verlangt, das ist alles aushandelbar. Aber was jetzt passiert ist, durch diese neue Technik, ist, dass plötzlich Realitäten geschaffen werden, die einfach da sind, ohne dass sie sorgfältig ausgehandelt worden sind und was einfach da ist, das ist sehr schwer wieder wegzubringen. Wir beobachten das in der Wissenschaft, in der Medizin, zumal das sehr, sehr viel mit schlechten Argumenten etabliert wird. Wenn man es aber dann weghaben will, dann muss man extrem gute Argumente haben, um zu zeigen, dass das schädlich ist. Ja, das ist ja nicht nur in der Medizin so, wenn ich höre, man muss heutzutage Waffen liefern, um Menschenleben zu retten und so weiter. Da habe ich das Gefühl, es ist heute alles ein bisschen schräg geworden. Aber ich habe noch nachgeforscht und gegoogelt und geschaut, wie viele neue solche Therapieverfahren heute bereits zugelassen sind, auf dieser neuen Basis. Und es sind tatsächlich 452 neue Stoffe. Wundert mich überhaupt nicht. Das ist verrückt, das ist alles durchgewunken. Ja, genau. Weil dieses Verfahren ist ja eigentlich alles unschädlich taxiert. Die Schranke ist gefallen und dann, das ist ja das, was ich sage, es ist sehr häufig so, dass man aus irgendwelchen Gründen sehr niedrige Schwellen setzt. Dann wird was eingeführt, dann ist es einfach da. Und dann muss man extrem gute Daten und sehr, sehr gute Argumente haben, um es wieder rauszunehmen. Denn es ist in den Wertschöpfungskreislauf eingespeist und keiner will diesen Wertschöpfungskreislauf stören. Ich gehe jede Wette ein, dass die nächste Generation von ganz banalen Masern, Grippe oder sonst was Impfungen auf Basis dieser neuen Technologie genauso zugelassen werden wird. Und dann wird es einfach verwendet, ohne dass den Leuten klar ist, dass das eine komplett andere Technologie und auch eine komplett andere Art des Umgangs mit unserem Immunsystem ist. Ich hatte mal eine Satiresendung gemacht und da war der Dr. Medkurat Mosetter dabei und er hat in einem Satz gesagt, bald gibt es auch den Stoff gegen Dummheit, den wir uns injizieren können. Das wird nicht so einfach sein, würde ich sagen. Wenn das möglich wäre, das war, wie gesagt, eine Satiresendung. Wir haben heute zwar keine Satire gemacht, vielleicht müssen wir es aber auch unter Satire anschauen. Letztendlich kann man ja irgendwie nur ein bisschen sich hinterfragen über das Ganze, was da läuft. Aber ich muss noch einen Risikohinweis machen, auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben das jetzt natürlich aus Sichtweise diskutiert vom Prof. Dr. Harald Wallach mit mir über seine Erfahrungen, seine Erkenntnisse aus wissenschaftlicher Seite. Auf der anderen Seite dürfen Sie sich selbstverständlich auch direkt bei der WHO informieren, was da deren Sichtweise ist oder beim BAG oder bei den deutschen Behörden usw. was deren Sichtweise ist. Das war einfach eine erweiterte Sichtweise auf das Ganze aus Sicht meines Gastes und das wollte ich Ihnen jetzt gerade auch noch so darstellen. Müssen wir, sonst verschwindet die Sendung und es wäre schade, einfach wenn wir hier nicht die Chance nutzen möchten, eine Perspektive zu geben, zu öffnen und einfach sich zu hinterfragen, muss es denn wirklich immer so sein? Oder gibt es nicht auch stärkende Maßnahmen, mein Immunsystem so fit zu machen, dass ich allfälligen Erregern von außen auch immer noch gerecht werden könnte? Weil diese Frage, wo ich jetzt da stelle, wird nicht diskutiert. Naja, die gibt es natürlich, das wissen wir auch, aber das Problem ist ja nicht, gibt es nicht andere Methoden, sondern das Grundproblem ist, glaube ich, ich würde mal sagen, ein ideologisch-spirituelles. Denn es hat sich in den Köpfen vieler Menschen, vor allem der jungen Generation, so eine Art Fortschrittsideologie eingenistet, so nach dem Motto, alles, was die Wissenschaft neu entwickelt, ist prinzipiell gut und das müssen wir machen, denn es ist Fortschritt. Und niemand will Fortschritt vermeiden, abschaffen oder schlechtreden. Dass bei diesem Fortschritt möglicherweise auch Rückschritte möglich sind, das kommt niemandem in den Sinn. Dann kommen wir eben an den Punkt, dass wir sagen, ja, da fällt uns dann wieder was ein. Wenn dann da Nebenwirkungen auftauchen, dann fällt uns halt ein neues Medikament ein. Oder wenn es dazu führt, dass die Leute eben depressiv werden, dann müssen sie halt ein paar Antidepressiva schlucken. Da kommt wieder sozusagen diese Fortschrittspirale ins Rennen. Und das halte ich eigentlich für das, ich würde mal sagen, das Gefährliche und auch das Bedenkliche an dieser ganzen Geschichte, dass wir die Hintergrundideologie die diese gesamte Maschinerie treibt, nicht ausreichend gut reflektieren. Weil uns die Gegengewichte fehlen. Früher waren das die Kirchen, die Kirchen haben komplett aufgegeben, kommt mir vor. Die sind eigentlich nur noch auf Rückzugs- und Verteidigungskampf. Und es gibt keine wirklich gute, positive, ideologisch-spirituelle Alternative zu diesem Fortschrittsnarrativ. Und das ist das Grundproblem. Deswegen werden wir alles, was nach Fortschritt riecht, als Fortschritt bezeichnen. Und weil wir gar nicht reflektieren, ob Fortschritt in jeder und aller Hinsicht immer gut ist, deswegen werden wir es nicht kritisch reflektieren als Gesellschaft. Weil auch die Medien diesem Fortschrittsnarrativ huldigen. Das passt in ihre eigene Logik. Immer was Neues, immer was Tolles, immer eine Lösung für ein neues Problem anbieten. Wir haben ein Problem. Hier kommt der Wissenschaftler, der das Problem löst. Denn wir haben eine neue Technik. Wir haben ein neues Modul gefunden. Wir haben XY-Tadada gefunden. Das wird es lösen. Dass das XY-Tadada vielleicht irgendetwas ganz anderes macht, das wird geflissentlich ausgeblendet. Denn dann kommt wieder das Neue, was das neue Problem lösen wird. Und diese Spirale, die beschleunigt sich immer mehr und wird immer weniger leicht zu stoppen sein. Weil das reflexive Potenzial, das dazu notwendig ist, immer mehr fehlt. Das wird in den Hochschulen nicht angelegt, weil die Leute nicht trainiert werden, das zu tun. Das wird in den Medien nicht angelegt. Und deswegen läuft diese Maschinerie wie eine Lokomotive. Es gibt eine ganz gute Novelle von Dürrenmatt. Ich glaube, das heißt Simplon Express oder so. Da fährt der Zug in den Tunnel und hört nicht auf, in den Tunnel zu fahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Fährt immer weiter und einer der Protagonisten dieser Novelle, der wird aufgeregt und geht, es war noch zu Zeiten der Lokomotiven, der geht vor zum Lokomotivführer und sagt, was denn hier los ist, ob der Tunnel nicht bald aufhören würde und der Lokomotivführer sagt, Gott hat uns fallen gelassen und wir fallen auf ihn zu. Das ist genau die Situation, in der wir stecken. Dürrenmatt, was sehr, sehr Kluges erkannt. Mir war vorne noch das Beispiel in den Sinn gekommen und wenn wir auch plötzlich keine Kinder mehr kriegen können, haben wir die Lösung in der Retortenkinder letztendlich über den Katalog, blaue Augen, wie viele Haare und wie viel IQ und so weiter ist das nächste Geschäftsmodell. Ja, alles sei es Fiction oder nicht oder die reale Basis, die wir heute schaffen, weil wir nicht wissen, was wir tun. Das ist Tür und Tor geöffnet. Aber ich danke dir ganz herzlich, lieber Professor Dr. Harald Wallach, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich finde einfach extrem wichtig, dass wir uns auch diese Gedanken mal stellen, was ist ethisch und moralisch eigentlich noch korrekt und vertretbar, wo sind Experimente okay und wo sollten wir doch ein bisschen mehr Gewissheit haben und abwarten, um einfach sicher zu sein, dass das, was wir tun, auch wirklich gut ist. Und das war eigentlich das Ziel der Sendung, einfach ein bisschen anzustoßen, hier ein bisschen tiefer zu denken, zu hinterfragen, nachzufragen, Fragen zu stellen, um einfach diese Diskussion in Gang zu bringen. In diesem Sinne alles Gute, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020